Was ist das Problem mit den Schädigungen der Waldbäume? Gut, das Problem mit den Schädigungen der Waldbäume ist eines, das sich nun über längere Zeit schon aufbaut. Es gibt ja jährlich solche Waldzustandserfassungen, die in den letzten Jahren schon nicht so gut ausgefallen sind. Und seitdem wir seit 2018 im Grunde in diese Dürrephase gegangen sind, ist es überdeutlich, dass viele Bäume da irgendwie Kipppunkte erreichen und regelrecht schlapp machen. Das ist differenziert zu betrachten, wie immer alles nach Baumart, nach Standort, auch nach den Umständen, oder denen der Baum dort aufgewachsen ist sicherlich, beziehungsweise auch in jüngster Zeit existieren musste. Aber vollkommen klar, im Moment ist das überaus besorgniserregend, weil wir davon ausgehen müssen, dass mehr als die Hälfte der Bäume völlig klar geschädigt ist. Und die Sorge bleibt ja, wie sich das weiterentwickelt, zumal sich bislang die tiefgreifende Dürre in den Böden in vielen Teilen Deutschlands nicht wirklich zurückgebildet hat. Im Grunde ist das Jahr 2020 nicht so heiß ausgefallen, nicht ganz so extrem und trocken wie die beiden Jahre vorher. Aber letztlich ist das Defizit der Niederschläge, was sich dann natürlich äußert im Aufbau wiederum von Wasservorräten im Boden, nicht kompensiert worden. Sodass eigentlich 2020, was letztlich auch zu den Rekordjahren gehört, das wissen wir weltweit und auch in Deutschland, dazu beigetragen hat, dass die Situation sich weiter verschärft hat. Ja, wie lange kann man schon sehen, dass es dem Wald nicht gut geht? Das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, da wir es schon einmal mit Waldschäden zu tun hatten in Deutschland, dem sogenannten Waldsterben in den 80er, 90er Jahren. Da waren letztlich Luftbelastungen unter anderem relevant, offenkundig. Durchaus dann auch komplexe Prozesse, die dafür sorgten, dass bestimmte Baumarten in bestimmten Regionen dann kränkelten oder abstarben. Was abgewendet werden konnte durch Luftreinhaltung, da hat sich die Situation wirklich verbessert. Das wurde auch deutlich an den Zahlen und diesen entsprechenden Waldzustandsberichten in ganz Deutschland. Wir haben dann, ich würde sagen, ab den 2000ern eigentlich eine neue Phase begonnen, in der wir es mit Extremjahren zu tun bekommen haben. Ein Jahr, was besonders auffällig war und auch besonders stark gewirkt hat in den Waldökosystemen, war 2003. Das war ein sogenannter Jahrtausendsommer. Jahrtausendsommer wurde er auch von den Klimatologen genannt, weil er eigentlich nicht hätte vorkommen sollen, statistisch, eben nur einmal im Jahrtausend. Und, na gut, das war dann ein einzelnes Jahr in Bezug auf Temperaturen und auch Dürre letztlich hervorstechend. 2006 war auch noch mal ungünstig, aber nicht so sehr wie 2003. Und dann hatten wir, naja, so Mitte der 2000er eigentlich eine Phase, in der die Sommer etwas feuchter vor allem waren und die Hitze nicht ganz so stark zugenommen hat. Und das hat uns so ein bisschen oder viele Akteure vielleicht auch in falscher Sicherheit gewiegt, nachdem wir Anfang der 2000er wussten, der Klimawandel, da kommt was. Das wird problematisch. Wir müssen auch im Ökosystemmanagement wahrscheinlich darauf reagieren. Und das ist dann eben jetzt erst in den Zehnerjahren wiederum erfolgt. Tatsächlich, dass mehrere Jahre zu den Rekordjahren gehörten und im Grunde auch schon vor 2018 hat sich das Problem aufgebaut. Und dann, klar, verschärft noch mal jetzt in dieser ungewöhnlichen Reihung, Aneinanderkettung von extremen Jahren 2018, 19, 20, was jetzt tatsächlich schon eine Dürre darstellt. Und wo man, ja, sorgenvoll in die Zukunft blicken muss, weil man es eigentlich von anderen Kontinenten kennt, wie auch so Waldökosysteme reagieren, wenn sie es mit einer langjährigen Dürre zu tun bekommen. Vier, fünf Jahre führen dann häufig zu katastrophalen Reaktionen. Solche Beispiele gibt es durchaus, besser bekannt aus mediterranen Klimaten, also so Klimaten mit Mittelmeercharakter. Da ist Kalifornien zu nennen, aber durchaus auch in höheren Lagen, in der Sierra Nevada zum Beispiel, wo es dann durchaus gemäßigte Temperaturen gibt, ist das aufgetreten. Das ist ein Ort, den ich selbst besucht habe, der mich entsprechend auch berührt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und bewegt, weil das eigentlich ein Ökosystem ist dort, was sich offenkundig über lange, lange Zeit gekennzeichnet hat durch überaus stabile Umweltbedingungen. Und diese stabilen Umweltbedingungen machen, dass wir dort mit die ältesten Bäume oder auch Wälder finden der Erde. Das ist das Land der Mammutbäume und das ist das Land der jahrhundertealten Ponderosa Pines und Douglasien. Und da ist eine solche Dürre aufgetreten, vor einigen Jahren schon, im Grunde ab Mitte der 2010er. Und dort ist es also inzwischen zu massivem Absterben gekommen, von Bäumen und eben über alle Altersklassen hinweg, auch alte Bäume betreffend. Also viele Jahrhunderte alte Bäume und teilweise Jahrtausende alte Bäume gibt es dort, die da offenkundig Schwierigkeiten bekommen. Und das hat mich stark alarmiert, weil das einfach uns natürlich sagt, und ich meine, die Temperaturmessungen geben es ja wieder, dass wir irgendwie in eine neue Zeit kommen. Und dass jetzt dann auch solche Kipppunkte da sind, wo deutlich ist, Bäume ertragen über lange Zeit einiges. Das sind langlebige, große Organismen, die sind zäh, die reagieren träge. Aber es ist auch so, dass sie dann so ein gewisses physiologisches Gedächtnis haben und die Schäden sich dann auch akkumulieren, bevor sie so richtig sichtbar werden. Und ja, dann wissen wir, was passiert, wenn dann die Schwächung einfach sehr stark ist, dass dann auch andere Problemfaktoren plötzlich zum Tragen kommen. Nicht, dass die Abwehr heruntergefahren wird und plötzlich irgendwelche Schädlinge, Fraßfeinde, Krankheiten zum großen Problem werden, die normalerweise irgendwie weggesteckt werden. Ja, was treibt eigentlich das Baumsterben in dieser Heißzeit? Das ist eine interessante Frage, die offenkundig auch komplexer beantwortet werden muss. Sicherlich gibt es Unterschiede in unterschiedlichen Regionen, aber gerade in Bezug auf die Hitze sieht es so aus, dass sie mehrfach wirkt. Also zum einen wird es Organismen einfach zu heiß, das heißt, es werden zu hohe Extremen und Höchsttemperaturen erreicht, die dann Proteine schädigen, zum Beispiel Zellen schädigen, je nachdem auf was Arten so eingestellt sind. Da spielt dann auch eine Rolle, können wir gleich noch darauf zurückkommen, wie der Zustand des Waldes ist, ob Bäume eben stark vereinzelt herumstehen, in aufgelichteten Beständen oder eben sich gegenseitig schützen. Also das ist die Hitzewirkung, das ist natürlich dann die Trockenheit, die eher dazu führt, dass Bäume verhungern eigentlich, als dass sie vertrocknen, weil sie schlicht und einfach bei Trockenheit gezwungen sind, die Spaltöffnung zu schließen in den Blättern, über die sie ja im Austausch stehen mit der Atmosphäre und normalerweise CO2 aufnehmen müssen, um dann daraus ihre Energie zu bauen, mithilfe von Sonnenlicht. Und wenn also Wasser gespart werden muss, kann nicht genügend Zucker in den Zellen gebaut werden. Und das ist also ein weiteres komplexes Problem, abgesehen davon, dass ab bestimmten, ja, kritischen Trockenheitswerten es natürlich auch zu Schäden kommt im Bereich der Feinwurzeln und im Bereich der Mykorrhiza, diese Pilze, die eigentlich Bäumen auch noch helfen, Wasser aufzunehmen. Und dann kommt noch ein dritter Effekt hinzu, tatsächlich, und das ist die austrocknende Wirkung von Luft. Das wird zuweilen unterschätzt, dass die Luft ja eine gewisse Feuchtigkeit hat, die eben mit der Temperatur korreliert. Je wärmer Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Das ist eine Beziehung, die nicht linear ist. Das heißt also, je wärmer, umso viel mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen. Das tut die dann auch. Die saugt regelrecht die Luft dann aus der Umgebung. Und das ist diese austrocknende Wirkung, die dann, ja, Organismen betrifft, Pflanzenoberflächen. Und das ist in verschiedenen Studien schon auch in Verbindung gebracht worden mit dem Absterben gerade auch von alten Bäumen. Das ist so diese Föhnwirkung. Ich meine, wir benutzen Warmföhn just ja aus diesem Grund, weil warme Luft dann besser trocknet als kalte. Und das alles kommt dann zusammen. Und ja, da nun Wälder auch nicht, ich habe es schon eben angedeutet, nicht nur aus Bäumen bestehen, sondern aus vielerlei Organismen, die in überaus komplexer Weise zusammenwirken, greift dann Hitze, Trockenheit, Austrocknung an verschiedenen Ecken und Kanten gleichzeitig an. Und das macht es auch sehr schwer, vorherzusagen, wann, warum, welche Arten von Wäldern dann betroffen sind. Ja, die Frage der Buche. Eigentlich würde ich sagen, ja, unser wichtigster Baum. Am wichtigsten, wenn wir das von der Fläche her sehen, die potenziell von Buchen bestanden wäre, nicht? Also Deutschland wäre Buchenwaldland im Grunde, wenn wir denn die Buchen überall hätten wachsen lassen, wo sie das konnten und könnten. Ein Baum mit einer unheimlich spannenden Geschichte, weil der sich nach der letzten Eiszeit so rasant über Europa ausgebreitet hat. Der musste die Kaltzeiten vor über 10.000 Jahren in Refugien überdauern, im Mittelmeerraum, auf dem Balkan. Und als es dann wärmer wurde, das galt auch für andere Baumarten, sind die dann alle so langsam wieder auch nach Norden gewandert. Was spannend ist, über Tausende von Jahren war die Buche nicht dabei. Und die ist tatsächlich erst vor relativ kurzer Zeit auch in unser Territorium vorgedrungen und hat dann aber blitzschnell letztlich die Wälder übernommen. Auch dann andere Baumarten offenkundig zurückgedrängt. In vielen Teilen Deutschlands ist die Buche erst vor 4.000, 5.000, teilweise weniger. Im Ostseeraum wahrscheinlich erst so vor 2.000 Jahren aufgetreten. Spannend, weil zu der Zeit natürlich auch Menschen schon hier herum wurstelten. Und nicht mehr nur als Jäger und Sammler, sondern auch Landwirtschaft betrieben haben. Wo so manches diskutiert werden kann. Offenkundig ist die Buche durchaus auch vom Menschen befördert worden, weil die Buche dann so auf Rodungen, die sich wieder selbst überlassen wurden, Fuß fassen konnte und dann sich stärker ausgebreitet hat. Aber im Grunde in geologischen Zeiträumen blitzartig, aus dem Mittelmeerraum über Mitteleuropa hinweg, inzwischen bis nach Skandinavien vorkommend und Wälder bildend. Und ja, nun auch eine Baumart ist, die deshalb ein sehr großes Areal hat. Eine Verbreitung von Sizilien, also wirklich Süden von Italien oder in der Nähe von Madrid kommen Buchen vor, Griechenland bis nach Skandinavien. In unterschiedlichen Waldökosystemen vorkommt. Und klar, wo es wärmer ist, im Mittelmeerraum, in Gebirgen, aber durchaus dort auch mit Immergrünarten zusammenvorkommend und ja, mit unterschiedlichen Baumarten auch Gesellschaften bildend. Also die Buche kann schon was. Die ist relativ plastisch, offenkundig und ja, hat natürlich aber auch wie alle Arten letztlich irgendwelche Minimalansprüche in Bezug auf nicht nur Temperatur, sondern vor allem auch Niederschläge und damit also die Humidität. Und insofern ist klar, dass wir jetzt hier in Brandenburg etwa nicht ganz so weit weg sind von der Grenze des natürlichen Verbreitungsgebiets. Wenn es einfach langfristig unter 500 Millimeter Jahresniederschlag geht, dann sind die Buchen nicht mehr dabei. Insofern ist es nicht überraschend, dass jetzt in diesem Grenzbereich, wenn dann auch über mehrere Jahre solche Niederschläge nicht erreicht werden, dass wir dann Probleme sehen, die sich verschärfen, wenn die Buche wächst auf Substraten, die nicht gut das Wasser halten. Also wir haben etwa im Heinich-Nationalpark gehört, so seit letztem Jahr wird das eifrig diskutiert, dass da die Buchen so sehr sterben. Das sind dann Süd-West-exponierte Hänge, wo es sehr warm ist, aber auf Muschelkalk, der einfach überhaupt kein Wasser hält, flachgründige Böden und das funktioniert. Im Nationalpark Heinich in Thüringen. Gut, das führt uns vielleicht in der Betrachtung auch schon ein bisschen weiter, wenn wir darüber reden, wie gut ist die Buche im Aushalten von hohen Temperaturen oder von Trockenheit, dann müssen wir feststellen, das ist nicht nur die Buche allein oder nicht. Die Buche kommt selten allein insofern, dass gerade diese Baumart erfolgreich ist, dadurch, dass sie ein ganzes Ökosystem hervorbringt, was sehr dicht geschlossen ist in Bezug auf den Kronenraum, dichte Belaubung, sehr dunkle Wälder hervorbringt, die dann auch entsprechend kühl sind. Und die Buche, also eine Baumart, die besonders effektiv ihr eigenes Buchenwaldklima zum Stück weit auch hervorbringt, so eine mikroklimatische Regulation ist da ganz sehr wichtig. Und hinzu kommt dann auch noch der Zusammenschluss von den Einzelbäumen in einem Verbund über das Wurzelwerk. Also diese angesprochene Mykorrhiza, das Netzwerk von Pilzen, bestimmten Pilzarten, die mit Buchenwurzeln, Baumwurzeln in Verbindung treten, dadurch die Oberfläche vergrößern, dieses Netzwerk, über das Wasser und Nährstoffe aufgenommen werden. Und wo tatsächlich auch über Artgrenzen hinweg dann es letztlich zu diesem Transport kommt von Wasser und Nährstoff in symbiotischer Art und Weise. Die Pilze bekommen dafür Zucker vom Baum, werden mit Energie versorgt. Und auf der anderen Seite, klar, kommt die Buche dann auch auf trockenen Sandböden gegebenenfalls viel besser zurecht, als man das hätte erwarten sollen, wenn man jetzt eine Einzelbuche betrachtet und weiß, wie sie so wächst und wurzelt. Die Fähigkeit dieses Waldökosystems, nicht nur ein eigenes Klima sicherzustellen, eigentlich auch den eigenen Boden zu machen, durch eine entsprechende heftige Bodenbildung, die dann dazu führt, dass humusreiches Substrat natürlich auch Wasser besser speichert und einen guten Lebensraum bildet, auch für die Mykorrhiza wiederum. Das sind dann so rückkoppelnde Prozesse, wo man sagen kann, dass letztlich das Waldökosystem, auch gerade das Buchenwaldökosystem, permanent daran arbeitet, die eigenen Standortbedingungen zu verbessern. Und das hat der Buche ermöglicht, an immer extremere Standorte auch vorzudringen. Was aber auch bedeutet, dass sie dann gewisse Bedingungen dort benötigt, gegebenenfalls auch nicht dann jegliche Art von Störung toleriert. Das sind Dinge, über die man nachdenken muss, wenn man über die Buche spricht und ihre Nutzung sich klar machen, das ist ein Wald, der sich selbst getrimmt hat, sozusagen darauf dicht zu sein und entsprechend stark auch die mikroklimatische Regulation zu betreiben, die auch den Boden natürlich begünstigt, die Temperaturen richtig runterbringt, so ein Wald kühlt ganz mächtig. Was wiederum die Verdunstung senkt, was gar nicht so schlecht ist in Gebieten und in Zeiten, wenn nicht so viel Niederschlag und Wasser im Boden zur Verfügung steht. Auch da eine Rückkopplung. Wald macht kühl, senkt Verdunstung. Klar, um zu existieren, müssen Bäume auch Wasser verdunsten, aber sie interagieren durchaus auch auf interessante Art und Weise mit dem Boden. Wasser ist durchaus ein Ökosystem, was so einen hydraulischen Auftrieb erzeugt. Also Wasser wird richtig nach oben geholt von den Bäumen. Und es gibt natürlich auch die Interaktion mit der Atmosphäre, wo wir heute wissen, wo große Waldgebiete sind, die auch viel Wasser verdunsten. Das ist klar. Und kühl sind, fallen mehr Niederschläge. Und auch da also wiederum Wechselwirkungen. Also das wird inzwischen intensiver diskutiert. Da gibt es eine richtige florierende wissenschaftliche Disziplin, die Ökohydrologie, die sich mit der Interaktion von Ökosystemen, Wäldern und Landschaftswasserhaushalt beschäftigt. Das ist also alles relevant für die Buche. Und zurück zu den Störungen, die wir reinbringen, wenn wir sie nutzen, wenn wir Wald auflichten, Wege anlegen, und Kahlschläge machen gegebenenfalls. Was bedeutet das für dieses Ökosystem? Und da müssen wir feststellen, die heutige Forstwirtschaft attackiert dann die Buche oder die Buchenwälder im Grunde mehrfach. Das beginnt mit der Befahrung von Wäldern, auf Wegen, auf Rückegassen, wo wir wissen, was das bedeutet für die Feinwurzeln, für die Mykorrhiza im Grunde, wenn wir dann alle 20 oder 40 Meter solche Rückegassen haben, wird der Wald dann zerlegt in Parzellen. Und das ist nicht die eigentlich natürliche Situation, wo wir so ein kontinuierliches Netzwerk haben, wo die Bäume auch letztlich so ein bisschen solidarisch miteinander verschaltet sind. Und dann, klar, jede Rückegasse, jeder Weg bringt eine Öffnung des Kronendachs in den Wald. Wenn das Großflächige ausfällt, wenn auch viele Bäume gefällt werden, verliert der Wald die Möglichkeit der mikroklimatischen Regulation, also dieses eigene Puffern und Kühlen letztendlich, diese Herstellung des Waldinnenklimas. Die Temperaturen im Waldinnern steigen, die Bodentemperaturen steigen, die Verdunstung erhöht sich und damit ergeben sich definitiv Probleme. Und klar, wenn Buchen freistehen, vor allem wenn sie plötzlich freigestellt werden, kommen auch Hitzeschäden tatsächlich zum Tragen. Es wird dann von Förstern aber vom Sonnenbrand gesprochen. Das ist ein bisschen anders als beim menschlichen Sonnenbrand. Aber die können einfach da auch, die Borke, die da nicht gut isoliert gegen Hitze, kann einfach da leicht sich kritisch erwärmen. Es ist ganz interessant, ja auch zu sehen, Buchen, wie plastisch und reaktionsfähig die sind, wenn die mal irgendwo an den Waldrand geraten. Das geschieht ja auch im Urwald. Wenn irgendwie ein alter Baum umfällt und ein Loch im Kronenraum passiert, dann werden die Bäume rundherum zusehen, möglichst rasch Äste auch wachsen zu lassen. Nach unten regelrecht, die dann den Stamm beschatten, um sich selbst dann zu kühlen. Also das ist spannend. Aber klar, wenn die Intensität der Störung groß wird, wenn sehr viel geschlagen wird, sehr regelmäßig und die Bäume nicht mehr reagieren können, ist irgendwann der Schaden da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das bedeutet, in Zukunft braucht der Wald mehr Holz für sich selbst. Das ist ein ernstzunehmendes Problem, dass ich sehe, wo in Zukunft das Holz herkommen soll. Und umso wichtiger, dass wir das jetzt auch ehrlich mal diskutieren und auch priorisieren als Gesellschaft, wie wir Holz wertschätzen und wofür wir es wirklich benutzen wollen. Und ich denke, wir müssen ganz schnell weg davon, das einfach in den Ofen zu stopfen und zu verfeuern. Das ist aus verschiedenen Gründen unsinnig. Es ist auch kein Beitrag zum Klimaschutz, obwohl das immer gern gesagt wird. Aber wenn Holz verbrannt wird, wird ein Wertstoff, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, Kohlenstoff eingelagert hat, hat in Minuten dann in die Luft, in die Atmosphäre gejagt. Und klar, ähnlich sieht es aus mit sehr kurzlebigen Materialien. Zellstoff ist ja ein großes Problem. Papier, wo wir sehen, der Verbrauch schießt einfach weiterhin in die Höhe. Das bringt unsere Lebensweise so mit sich, muss man sagen. Und da brauchen wir eine Umkehr. Und dann müssten wir uns also einigen, dass Holz tatsächlich genutzt wird für wertvolle, langlebige Produkte. Und da sind wir eben sehr weit von weggekommen. Wenn früher die Eichentische und Bauernschränke von Generation zu Generation einfach über die Jahrhunderte vielleicht weitergereicht wurden, ist das schon lange nicht mehr so. Möbel werden alle paar Jahre ausgetauscht, halten auch gar nicht mehr so viel aus. Und da sind wir auf einen unguten Weg gekommen. Und das verträgt sich nicht mit der Situation in den Wäldern. Also wenn Bäume schon geschädigt sind und absterben, ist natürlich eine gute Frage. Kann man die dann getrost rausnehmen? Oder muss man das sogar? Das ist eine Frage, die immer relevanter wird, weil wir jetzt ja schon von Hunderttausenden von Hektar sprechen, im Moment in Deutschland, wo Bäume tatsächlich absterben. und wo verschiedene Gründe jetzt dafür sprechen könnten, sie rauszunehmen. Zum einen, wenn Bäume an Wegen stehen, Leuten auf den Kopf fallen und so weiter. Das Sicherheitsproblem, das muss man beachten, wo das denn entsprechend passiert. Zum Teil gibt es auch die Überlegung, dass wenn Bäume dann von Borkenkäfern befallen sind, dass man die entnehmen muss, um die nicht sich vermehren zu lassen und letztlich dann Ansteckungspotenzial für weitere Bäume da zu kreieren. Das muss man kritisch sehen. Das kann funktionieren in der Tat, wenn man zu ganz bestimmten Zeitpunkten diese von Borkenkäfern befallenen Bäume entnimmt. Das sind relativ kurze Zeitfenster und ja, auch dann zu einer gewissen Zahl, also insofern, dass jetzt nicht wirklich viele Bäume übrig bleiben, die Käfer haben. Wenn das nur passiert, wenn man also nicht schafft, ich glaube, die Zahl wäre so ungefähr bei 95 Prozent der befallenen Bäume, wenn man die nicht schafft, direkt rauszubringen, dann hat man das Spiel schon verloren. Und das ist natürlich das, was jetzt im Moment zu beobachten ist. Man kommt nicht hinterher und man vergrößert natürlich durch das Schlagen der kranken Bäume ganz schnell auch das Problem. Wunderbar zu erkennen, wenn man wirklich Kahlschläge anrichtet, diese Kahlschläge sich stark erhitzen, dazu beitragen, dass die Flächen rundherum weiter austrocknen, die Bäume, die noch am Rand dann stehen bleiben, mit mehr Stress zu tun haben. eine todsichere Sache, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dann demnächst dort auch die Borkenkräfer zum Tragen kommen. Insofern ist eigentlich das Plädoyer so viel wie möglich von diesem Schadholz, so wird das ja genannt, im Wald stehen zu lassen. Ich würde es auch nie Schadholz nennen. Es ist Totholz, was ja tatsächlich in gesunden Waldökosystemen eine überaus bedeutsame Rolle spielt. Da geht es um weitaus mehr als tatsächlich nur das Recycling von Nährstoffen. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber es ist ein wesentlicher Impuls für die Bildung von Boden. Also mächtige, humusreiche Böden, wo überhaupt das Totholz an sich in Urwäldern das Substrat ist, was als erstes dann auch genutzt wird von jungen Bäumen wiederum, um den Wald zu erneuern. Letztlich dieses Totholz sich ja langsam zersetzt und über Jahrzehnte auch einen Wasserspeicher darstellt, der wiederum zur Kühlung beiträgt, messbar, der den Boden schützt, auch wenn die Stämme über dem Boden liegen und so weiter und so fort, viele Funktionen. Und klar, wenn wir nun schon in der Heißzeit sind und wissen, Totholz ist da nicht so schlecht fürs Kühlen, auch für den Schutz von neuen, jungen Bäumen, lohnt es sich, die einfach möglichst im Wald zu lassen. Insofern ist es alles immer ein Abwägen, wenn man jetzt überlegt, was soll geschlagen werden, wo. Klar, wenn sehr viele Bäume absterben, erscheint es widersinnig, dann auch noch die Vitalsten wiederum zu entnehmen und zu schlagen. Das ist eine eindeutige Schlussfolgerung. Weshalb ich auch im Moment dafür plädieren würde, wo doch so viele Bäume tatsächlich erkrankt sind und gerade auch die flächig, nicht besonders bedeutsamen Laubwälder so unter Druck gekommen sind, da gerade mal den Einschlag zu stoppen, bis wir wieder klar sehen. Also ein Einschlags-Moratorium in naturnahen Laubwäldern ist etwas, was wir jetzt wirklich brauchen. Wie können wir mit dem Anlegen von Plantagen den Naturwäldern helfen? Naja, nur in einem beschränkten Umfang, weil die meisten Wälder, die jetzt intensiv genutzt werden, sind ja eher Plantagen, als dass sie Wälder sind. Im Grunde ist da schon überzogen worden. Und in den großflächigen Plantagen sehen wir ja nun genau die Probleme am allerschärfsten. Also in Deutschland brechen die Fichtenforsten, die Plantagen sind zusammen, die gepflanzt worden sind. Die Kiefernforsten in Nordostdeutschland, wo Waldbrandgefahr herrscht, wo jetzt auch die Kiefern, Walkenkäfer kommen und so weiter, das sind Plantagen. Das heißt, das ist nicht die Lösung, großflächig Monokulturen anzulegen. Ich glaube, wir müssen da nochmal auch ein ganz neues Design uns überlegen. Da bleibt auch nicht viel Zeit. In der Tat sehe ich die Möglichkeit, ja so Produktionswaldparzellen eher eingebettet in naturnahe Wälder. Im Grunde, das Verhältnis müsste umgekehrt werden, dass wir viel mehr Wald haben, der dafür da ist, die Waldfunktionen am Laufen zu halten, mikroklimatische Regulation, Wasserrückhaltung. Und wo dann eingestreut die Bestände sind, in denen dann Holz intensiver produziert wird. Aber das ist nicht großflächig. Und das geht nicht konform mit dem steigenden Bedarf gegebenenfalls an Holz. Und deshalb, wie man es dreht und wendet, müssen wir lernen, Holz als Wertstoff mehr wertzuschätzen, sparsamer einzusetzen. Und hier auch, wie in vielen anderen Lebensbereichen, darüber nachzudenken, dass es Grenzen geben muss, auch des Konsums. Genug ist genug. Suffizienz heißt das im Nachhaltigkeitsdeutsch. So, da gibt es irgendwann nicht die Möglichkeit, den Wald dazu zu zwingen, mehr Holz herzugeben. Und ich glaube, in vielen Regionen haben wir diese Schwelle einfach jetzt überschritten. Wir sehen das. Wie gesagt, das wird umso schwieriger, je heißer es wird. Und ja, ich denke, niemand ist dagegen, Holz zu nutzen. Aber wir müssen wirklich darauf achten, dass es nachhaltig produziert wird. Und in Deutschland waren wir sehr stolz darauf, jahrhundertelang, dass wir das genau wussten, wie man Holz nachhaltig produziert. Und im Grunde müssen wir im Moment anerkennen, nein, die Holzproduktion hier war nicht nachhaltig. Sonst würden uns die Fichtenforsten bei etwas Erwärmung nicht zusammenbrechen. Und ja, wir müssen auch sehen, dass wir schon jetzt ja Holz importieren müssen, um Konstruktionsholz zur Verfügung zu haben. Das heißt, wir haben auch schon einen Fußabdruck in anderen Ökosystemen, in borealen Nadelwäldern, wo wir auch schon in Urwäldern mitverantwortlich sind dafür, dass Bäume fallen. Das ist nicht nachhaltig. Und so, jetzt geraten wir in diese Situation hinein. Wir müssen das sehr klar sehen. Wenn die Nadelbäume absterben zum größeren Teil, was im Moment sich abzeichnet, dann haben wir praktisch ja kein Konstruktionsholz mehr, aus dem traditionell hier Dachstühle, Dachlatten etc. gebaut wurden. Und was machen wir dann? Werden wir dann das alles einfach dann in Russland bestellen und können die dann das ersetzen, was wir uns nicht mehr selbst herstellen können? Das ist nicht der Weg. Also es ist wirklich nötig, Holzkonsum, Holzverarbeitung zu überdenken und sich zu fragen, was ist wirklich wichtig, was ist wertvoll und wo können wir nicht doch auch auf andere Werkstoffe zurückgreifen beziehungsweise wo können wir Material so einsetzen, dass es suffizienter wird und wir nicht so häufig das Zeug erneuern müssen. Das ist nicht schön. Am besten erstmal stehend tatsächlich, weil das auch eine ganz andere Struktur, Vielfalt und Dynamik über die Zeit kreiert. Unter den stehenden Bäumen wird schon was wachsen, das ist ja zu beobachten, bestimmte Arten. Und dann werden diese stehenden Bäume irgendwann instabil, wobei dann der erste Baum nach zwei Jahren fällt und die anderen nach zehn und wiederum andere bleiben 20 Jahre stehen. Was also eine Strukturvielfalt auch auf der Fläche, den Raumzeitgefüge, so eine Dynamik da hervorbringt, was nachher bedeutet, auf der Fläche haben wir dann Bäume ganz unterschiedlichen Alters und das ist ganz wichtig auch für die Waldgesundheit, dass auch unterschiedliche Baumarten zu unterschiedlichen Zeitpunkten sich da ansiedeln können. Und das ist etwas, was auch noch läuft, das ist diese natürliche Sukzession. Da fliegen Samen rein, da werden Samen reingetragen oder sind noch vor Ort. Und klar, da ist im Moment eine große Debatte am Laufen, ob das denn eine gute Sache ist, jetzt mit diesen heimischen Baumarten da noch den Wald sich wieder bauen zu lassen oder nicht am besten gleich, weil es ja warm wird, irgendwo Bäume sich von ganz woanders her zu holen und den Wald der Zukunft zu bauen. Ganz große, heiße Debatte im Moment in der Forstwirtschaft. Und wenn man es ökosystemar sieht, spricht nicht so wirklich viel dafür, jetzt so, naja, Bäume sich von überall her zu holen, weil Ökosysteme funktionieren nicht wie ein Baukasten, sondern das sind einfach Gefüge, die wesentlich davon leben, dass Arten miteinander etwas tun, die das über lange Zeit geübt haben. Die wirtschaftliche Nutzung des Waldes beruht im Moment ja allein auf dem Verkauf von Holz. Oder das ist irgendwie die einzige Einnahmequelle für Waldbesitzende. Und das ist ein Problem. Das sehen wir eigentlich schon eine ganze Weile, weil wir doch wissen, dass Wälder eine Menge andere Leistungen vollbringen in der Landschaft, nicht nur für den Wald selbst und für andere Arten, sondern auch für den Menschen. Und diese sogenannten Ökosystemleistungen, die lernen wir gerade ein bisschen besser kennen, vor allem jetzt auch dank des Klimawandels. Dazu gehört nämlich just diese Fähigkeit, Landschaft zu kühlen, Wasser zurückzuhalten, Wasser zu spenden und so weiter. Und ja, das sind eigentlich ja Wirtschaftsleistungen, die zu unserer Gesundheit beitragen. Am Ende vielleicht dazu beitragen, dass Landwirtschaft noch möglich ist in bestimmten Räumen. Und das muss irgendwie in Wert gesetzt werden. Und dazu gibt es, denke ich, Ansätze. Das wird kommen. Da haben wir schon ein bisschen was gelernt über diese Kohlenstoffmärkte, die es nun auch schon gibt, dass man also klar Wälder als Kohlenstoffspeicher erkennt und sieht, die können so ein bisschen irgendwie was kompensieren, was an der einen Stelle zu viel in die Atmosphäre gejagt wird, kann man dann mit den Wäldern wiedergutmachen. Und das hat dann irgendwie einen Wert. Da sind Märkte entstanden und Möglichkeiten. Und ich bin überzeugt, dass in wenigen Jahren da auch weitere vermarktbare Leistungen an die Seite treten. Was dann bedeutet, man kann vom Wald leben, ohne ihn zerstören zu müssen. Und das ist, glaube ich, der einzig richtige Weg, nicht? Dass wir das auch lernen, als Gesellschaft anzuerkennen, dass wir diesen Wald erhalten müssen, dafür auch zahlen müssen. Irgendjemand wird es am Ende zahlen müssen. Im Moment gilt in der Tat, dass der Preis von Holz im Baumarkt oder auf dem Holzmarkt nicht abbildet, alle Kosten und Schäden, die mit der Ernte und der Produktion in Verbindung stehen. 3. 4. 6. 9. Vielen Dank.